Ausgebützt. Ach du Scheiße, ja? Wie ging das denn? Jetzt steht's da unten, hat kein Bock. Toll. Kein Bock, kein Bock. Vielleicht ist es auch kein Bock. Mit der Eisbind geschuckt? Das sieht so geil aus. Achtung hinter euch Enderman. Oh, Scheiße, in meiner Richtung. Hau ab, sonst schlage ich dich. Wo ist der Fenner? Wollt ihm eine langen, ey. Bring das Schaf nach Hause. Oh, Mann! Da hauen sie ab. Ich hab die Tür aufgemacht. Ja, Bartzi, ist gut. Ja, ey, ich könnte mal alle Weizen nehmen. Ich geb euch mal Weizen. So, spring doch hoch, du's. Okay, Lido. Nein, das ist doch die falsche Richtung. Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! ich glaube die hälfte habe ich schon fast oder von der seite weil ich hatte geil aus von hier oben und mal hinten ab die habt ihr habt dann endermann wo ist der bänner der ist weg gibt der hat sich weggeportet dreht euch mal jetzt hinter dir ja jetzt ist er bei mir magst du mal weizen haben weil ich meinte meins sind weil ich habe das ist der carry du musst du so eine hand halten alles gut wo bist du denn da werfen wir hier noch mal so na was sagte zu bei einem super schönen dach wie der endermann klaut daheim ist ein ding hier jo jetzt sind sie alle draußen hier papi schwerst du mal was rüber ach da bringt ja nix gerset da ist ein blödes scharf mal lecker lecker schmeckt irgendwo hier ich habe ihn geschlagen wo ist er komm her komm komm jeder rein und da ist er komm zu mir ja 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 na nein komm wo ist er denn komm hey du flachmann ist er drinnen ja habt ihr zuviert hier rumtagen wegen der meinschaft ja da hinten oder tollt ab da hinten da hinten läuft ja raus ich geh jetzt mal jetzt mal der lange lula ich bin gleich wieder da mein schatz kann mir dann sage ich gleich wieder da gleich jetzt weiter hier warte mal wir schauen doch jetzt zu mir die der scheiße bauen dann könnt ihr da zuschauen solange der mann geht schon weg der wird ja jetzt nicht als foto ding stehen hier so schaut zu bis gleich ich bin am blubbern manni jetzt gut 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 ja nicht mehr kommen ja komm 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 Ja, komm. Komm. Würde scharf gehen, den Stahl, sonst mache ich Hackfleisch aus dir. Komm. Ja, komm. Was muss ich jetzt machen? Ja, da reingehen. Ja, komm. 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 Ja, gib ihm noch einen Dossi. Blöde Frindvieh, ey. Scheiße, jetzt wird es doch noch dunkel, ey. Komm, lecker, leckerli. Ich glaube, wir müssen pennen ohne Scheiße. Komm, komm, nein. Boah, da unten steht auch noch eins. Ich krieg die Krise. Komm, 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 hopp, hopp, hopp. Pani, ich war zu weit. Komm. Komm. Einer rechts, einer links und einer schubst und einer von links. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt ist er drin. Erste ist drin. Sag mal, wie weit ich nach hinten gehen kann, weil ich sehe jetzt von hinten nichts. Der blöde Schaub jetzt runtergeschoben. Du Sau. Komm, her. Sam. Oh, putt, putt, putt. Scheiße. Putt, putt, putt. Putt. Komm jetzt. Ich gebe euch. Wieder hoch, mein Sch. Oh, es sind gerade Herzen gesprüht. Ja. Wenn ihr da ist, wird Nacht, komm, ab ins Bett. Ich wollte mal mit meinen Freunden auch spielen sollen. Was wolltest du? Da wird nicht gespielt. Ab jetzt. Wie sollst du mit Freunden spielen? Mit Freunden spielt man nicht. Mit euch spiele ich ja auch. Okay, die schau mal auf die Uhr. Wie spielt haben wir es? Gut, nein. Siehste, da denkt man immer wie Kinder, da denkt man wie Erwachsene. Es heißt, wenn ich sage mit Freunden spielt man nicht. Piepshow. Richtig. Blöde Schaub, ich klatsche da eine. Ach, ich bin schon da draußen gelangt. Ich mache gleich Frikadellen da draus. Komm her. Was willst du mit Frikadellen aus dem Lammfleisch, hallo? Lecker. Aus Lamm glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Lammkolle ist aus Leckeres. Oh ja, da hauen wir das ja zur Schraube auf den Grill, ey. Ja, warte mal. Brauchen wir so eine Vorrichtung wie bei... Hey, seit wann ist das so schwer, ey? Ohne Witz. Das ist nicht schwer. Es gibt Leute, die können's. Und Leute, die versuchen's zu können. So, das auch. Dass er einen hier dupte kriegt. Geh in den Stall jetzt. Los. Der ist... Der ist... Der ist wie ein Bobb jetzt und... Das war die längste Zeit scharf gewesen, ey. Ohne Witz. Was, ist das tot jetzt, oder was? Hast du's getötet? Mann, ja, Mann, ich hab keinen Bock mehr gehabt. Kann nicht stehen. Oh Mann. 1, 2, 3. Du Mörder. Ohne kleinen Bockhammer. Du Mörder, du. Okay. Eisbaby, sorry, hab dir erwischt. So, abessen. Nee, nee da. Manni, Kelly, abmarsch. Wohin? Mir hinterher. So. Habt ihr das zum Essen dabei? Ja. Ja. Ja, und Hacken auch. Leute, was macht ihr aus meiner Hütte? Jetzt sind da zwei Eingänge. Hallo. Ihr habt ihr noch alle, oder was? Ich besuche euch gleich zu Hause und bauere Haus um. Ist die Katze aus dem Haus, ne? Ja, ja. Katze zum Mäuter, oben dich. Wer von euch geht jetzt in den Messer und holt mir noch Steine? Ja, was denkst du, wo wir hingehen? Ach so, und deswegen benutzt du jetzt den neuen Hinterausgang. Ja, klar. Toll. Alles für die Katze. Ja, da brauchen wir keine Freunde mehr bei sowas, du. Echt. Bauen die da zwei, drei Türen noch zusätzlich ran. Ich glaube, ich spinne. Jetzt? Da freue ich mich gerade auch. Was? Was los? Das ist ja nix. Muss ja ohne Rüstung da rein. Ja. Darf ich ein Rückzieher machen? Nein. Nein, ein Rückzieher gibt's nicht. Nicht außen nassern. Ihr müsst auch machen, ihr dürft euch nicht viel bewegen, sonst landet er in der Lava. Meine, komm raus, sonst wird's zugeportet. Ich bin zugeportet. Ich stehe hier vor ne Zuhemauer. Wo kannst du jetzt abhacken? Hier. Du musst dich in das Portal reinstellen, Kelly. Zwei Schritte zurück. Hier, die Steine da. In das Tor. Richtig reinstellen. Aber am besten nicht nach unten. Unten ist Lava. Jetzt? Mein Bild ist am Wackeln. Ja, ja. Jetzt wird geradeaus laufen. Ja. Kelly, kein Erg, solange nur das Bild wackelt, ist mit dir noch alles okay. Ähm, Eisbibi, wenn ich jetzt hier links mache, was ist dann? Da kannst du auch machen. Welche Steine müssen dann abgehakt werden? Da, wo Kelly ist, die. Ich halte hier Wache. Da ist doch nix. Der hält Wache. Ja, aber der muss auch. Was passiert, welche Schuhe? Ich hab jetzt einen schwarz-roter Stein abhackt. Achtung, da hinten ist auch Lava. Die roten hat auch abhacken. Das macht nix. Die am Boden? Ja. Oh Mann, hier unten wird das ja wirklich scheiß heiß, ne? Fürschnitt von. Ist ja kein Wunder, du bist ja zu Hause. In der Hölle. du darfst du bist du schon ja kann man weiter kleiner mann aber einfach mal nicht mehr das reicht dann ja geht das herunter weil unten drunter klar war ich weiß nicht wie weit es nach unten geht es nicht nach vorne auf falls der papa denn der spiel des maulwurf der sucht steiferle und will es rausschmeißen aus der hölle und aufpassen auf die da gibt es so flugtiere die spucken dann auch feuer jetzt eine abgegangen wurde hier überall so komische dinger frei was frei ja die schöne lavas weil du kannst was wir bei dem texturen pack nicht gefällt ist der kleine punkt als zielhilfe ja der hätte mal größer zahlen müssen mir gefällt das weizen nicht das schaut so das schaut so grasig aus ich muss auch mal benutzt er war so ein hd patch ja ich habe auch so hd gehabt so fotorealistik aber dann drückt man my fps runter auf 30 und die habe kontinuierlich jetzt zwischen 55 und 60 fps und das vermengt oft echt geil das hatte das live live habe ich drauf wir haben full of life heißt es was wir haben aber mal heißt nur live sie aber auch rein aus das sind einfach die geräusche im messer was erwartest du in der hölle da kommt bestimmt kein kein clown vorbei und sagt achtung wir kriegen besuch und schweine das auch mal kommen ich schwer mich was auch du ohne rüsten direkt sagt ob sich mit zwei schlägen oder ich bin später auch so rüstung machen ich hab gar kein schwert doch ich hab ein schwert genommen ja da kann ich nicht so stellen mehr da jetzt müssen wir warten bis ihr da seid bau du mal ab ja ich mach das schon da ist nur einer mit dem werde ich fertig da tut sich ja das mit der halte umgelegen ich mache ich habe ein bestimmtes spielpapa